Ich habe mir den Spaß gemacht und zwei Growth-Zelte aus wirklich unterschiedlichen Preisklassen angeschafft. Die Homebox Q60 um 129€ vertritt das obere Preissegment, um samt Versand nach Österreich gerade mal 62€ steht ihr die 16x60 Box von King Bauer gegenüber. Ihr könnt's euch vielleicht schon denken, der Vergleich ist einigermaßen überraschend. Die Homebox hat mich in mehrerer Hinsicht enttäuscht. Sie musste zurück. Die King Bauer Box, als bisher fünfter Hersteller den ich mir angesehen hab, hat hingegen wirklich beeindruckt. Ich würde sie bisher sogar auf Platz 1 meiner Desk-Kandidaten setzen. Verlinkung zu den King Bauer Boxen daher direkt als erstes unterm Video. Natürlich hat die Homebox ihre Stärken. In wesentlichen Bereichen konnte sie der Billigbox aber nicht mal annähernd das Wasser reichen. Ich würde sagen, wir gehen die einzelnen Punkte chronologisch vom Moment des Ausbackens durch. Ein nicht unwesentliches Kriterium besteht bereits bevor wir die Schachtel überhaupt öffnen. Nämlich kommt die King Bauer Box leider mit Logo des Herstellers. Es steht zwar nichts von Growzelt oder ähnlichem auf der Schachtel, wie zum Beispiel beim Celsius. Googelt man King Bauer, sieht man zunächst nur Thailand's King of Duty 3. Auf Seite 2 erscheint dann aber das Angebot der King Bauer Grow Box von Amazon. Bei dem Thema glänzt natürlich die neutrale Verpackung von professionellen Grow Shops. Wer also eine günstige und sehr gute Grow Box mit Silberbeschichtung sucht, die vollkommen neutral verpackt zuhause eintrifft, findet diese als zweiten Link in der Videobeschreibung. Dann mal auf mit den Schachteln. Zugegeben, der erste Eindruck direkt nach dem Öffnen ist besser bei der Homebox. Auch die Beschreibung wirkt, als hätte sich der Markenhersteller mehr Mühe gegeben. Aber so kompliziert ist der Aufbau nicht, also kein wirkliches Kriterium. Was mich persönlich zumindest dann aber doch stört, sind diese Produktionsmängel hier bei der Homebox. An diesen Graten kann man sich wirklich ernsthaft schneiden und das war nicht mal ein Einzelfall. Ist am Ende natürlich kein ausschlaggebendes Qualitätskriterium, bei dem Preis will ich sowas aber halt einfach nicht sehen. Die Profile der King Bauer sind auch nicht perfekt, aber ich konnte über sämtliche Kanten mit Druck drüber gehen, ohne mich auch nur ansatzweise zu schneiden. Einen kleinen Unterschied gibt's noch bei den Verbindungen der Höhenprofile. Die Homebox hat diese Sicherung, das erleichtert den Umgang mit dem Gerüst, bevor das Zell drüber ist. Ansonsten funktioniert die simplere Version der Billigbox aber auch wunderbar. Wo sich die beiden Boxen auch unterscheiden ist, wie schwer bzw. wie leicht die Profile in die Eckverbindungen passen. Das ist bei der Homebox schon eher schwergängig, bei der King Bauer hingegen sehr leicht. Unterm Strich gefällt mir da die leichtgängige Version besser. Das fordert beim Auf- und Abbau ganz einfach viel weniger Kraft. Einziger Vorteil, wenn's schwer geht, man kann das Gerüst besser manövrieren, auch wenn noch kein Zelt drüber ist. Ein Punkt, bei dem die Homebox nochmal die Nase vorn hat, ist die Anzahl der Aufhängeprofilen. Es sind vier bei der Homebox, aber nur zwei bei der King Bauer. Der untere Teil des Zelts lässt sich bei der Homebox mittels Reißverschluss abnehmen. Das erleichtert das drübergebende Zeltfolie insgesamt etwas, ist aber auch nicht das große Thema. Ab nun und bei den wesentlichen Themen muss ich sagen, hat der Markenhersteller definitiv das nachsehen. Zunächst mal kommt die Homebox nur mit einer Luftöffnung, die man auch mit Luftrohr versehen kann. Die beiden verschließbaren Fenster an den Seiten halte ich jetzt nicht so für den Bringer. Die King Bauer kommt hingegen mit zwei großen Luftöffnungen für Luftröhre links und rechts, plus einem größeren verschließbaren Fenster auf der Rückseite. Das macht wesentlich mehr Sinn, wie ich finde. Ebenfalls ein wesentlicher Vorteil der King Bauer ist, zumindest meistens, die 20 cm mehr Zelthöhe. Ich persönlich mag auch die Art der Tür bei der King Bauer wesentlich lieber, geht schneller und praktischer. Der aber wohl relevanteste Unterschied kommt nun. Hier seht ihr die geschlossene King Bauer Box, bei Nacht, mit einer Evo 3 darin auf voller Leistung leuchtend. Und ja, genau, man sieht ganz einfach nichts, mit Ausnahme hier hinten beim Klettverschluss des Fensters, das man von innen mit beigelegter Folie aber verdichten könnte. Das hier ist dasselbe Setup mit der Homebox. Es blitzt gering durch an den Nähten und schon ziemlich deutlich beim Reißverschluss. Der Verschluss der Tür unten macht es fast unmöglich, die Box dort lichtdicht zu kriegen. Ich habe das Thema im Video über die Homebox genauer behandelt. Hier nochmal direkt nebeneinander die beiden Zelte bei exakt gleichen Bedingungen. Also das spricht schon für sich, würde ich sagen. Achja Leute, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst mich ganz einfach mit einem kurzen Klick auf den Daumen wiesen. Das hilft ungemein. Dankeschön. Es sei noch erwähnt, Homebox hat natürlich die weiße Innenbeschichtung. Was da wirklich besser ist, liegt ein wenig beim Anwender. Ich persönlich, denn direr inzwischen insgesamt wieder eher zu Silber, aber dazu ein andermal mehr. Wer unbedingt weiße Innenbeschichtung will, dem muss sich zur Zeit fast eher die GrowPro von GrowMart ans Herz legen. Die ist der Homebox insgesamt sehr ähnlich, löst das Problem mit dem Reißverschluss aber besser. Ich will nochmal betonen, dass ich es eigentlich nicht mag, ein Produkt mittels den Schwächen eines anderen zu loben, aber ich denke solch ein Vergleich ist schon interessant. Nun, liebe Freunde des qualitativen Growns, es war mir wie immer ein Fest, ich hoffe dem ein oder anderen wurde geholfen. Solltet ihr andere Erfahrungen gemacht haben oder von anderen Herstellern enttäuscht oder beeindruckt worden sein, bitte unbedingt mitteilen, jede Info ist Gold wert. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, macht's gut.